Musik Hallo liebe Fotofreunde, heute melde ich mich aus dem Blumengärten Hirschstetten. Einer der schönsten Gärten für mich in Wien, wo ich ja auch jedes Jahr im Frühjahr und Sommer meine Fotoworkshops anbiete. Warum bin ich heute hier? Es gibt eine Weihnachtsausstellung jedes Jahr im Dezember und in einem Glashaus gibt es dort wahnsinnig viele Motive, aber natürlich wenig Licht. Und ich werde ein neues KIT-Objektiv von Nikon, ein Nikkor 55 bis 200 mm testen. Dabei gibt es natürlich eine Herausforderung, nämlich ich muss die ISO nach oben schrauben. Vorsichtshalber habe ich mal die ISO auf 1250 eingestellt und wir können dann anhand der Fotos auch beurteilen, wie das dann mit dem Rauschen aussieht. Mittlerweile bin ich wieder im warmen Fotostudio. Ich habe mir die Fotos schon angesehen, ich werde sie auch gleich euch zeigen und bin begeistert. Dieses wunderbare kleine Ding, ein Zoom-Objektiv, ein neues KIT-Objektiv für die X-Kameras von Nikon, hat eine minimale Bauweise und erst wenn man hier einen Knopf drückt, kommt das Objektiv hinaus. Von 55 bis 200 mm reicht es in den meisten Fällen aus. Ich habe durchgehend mit Blende 4,5 fotografiert, ich wollte auch den Hintergrund freistellen und ein schönes Bokeh erleben, habe die Aufnahmen sicherheitshalber im Rohformat gemacht, importiert und gar nichts geändert. Ich habe nicht einmal den Ausschnitt geändert, der gehört bei manchen Bildern noch ein bisschen verändert, so dass mir niemand sagen kann, hier wurde manipuliert. Rauschen gibt es natürlich schon, vor allem bei den dunklen Stellen, allerdings würde ich meinen, bis zu einer Ausarbeitung von 13 x 18 cm überhaupt nicht sichtbar. Das ist natürlich etwas anderes, wenn man ein Poster mit 30, 40 cm oder größer macht. Alles in allem kann ich dieses Objektiv nur empfehlen. Der Preis unter 300 Euro, das ist einfach klasse. Das war ja auch der Koffer des Ausatments. Die sich die Überraschung des Wachburen aus dem Öffnungszus war, Und das war ja auch sehr wichtig. Das ist einfach in … Verschuldigung, der auch nicht die Überraschung des Wachburen und Dastatur, liebten sich die Überraschung des Wachburen und Dastatur, die sich die Überraschung des Wachburen anwenden Sachen oder die Säge Famke sprechen, das ist einfach so sehr weiss, aber das ist einfach so, wie bei der Koffer, Und das ist einfach mal passiert, wenn ich mich vor ihm auch glaube, bin ich gut, muss das in der Zeitraum ab proto. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020